Auch wenn es draußen ungemütlich ist, brauchst du deine Laufeinheiten nicht zu verschieben. Denn die Nike Vapor Jacket bietet dir guten Schutz bei Wind und leichtem Regen. Die leichte Laufjacke ist nicht nur wasserabweisend, sondern auch atmungsaktiv. Das perforierte Material unter den Armen unterstützt wirksam den Wärmeaustausch. Mit der abtrennbaren und einstellbaren Kapuze kannst du deinen Kopf wirksam schützen. Lass dir also nicht vom Wetter diktieren, wann du trainieren kannst. In den beiden seitlichen Reißerschutztaschen mit zusätzlichen innenliegenden Taschen kannst du deine Laufutensilien ordentlich verstauen. Die reflektierenden Streifen sorgen für bessere Sichtbarkeit in der Dunkelheit. Mit der Nike Vapor Jacket bekommst du eine Laufjacke, die dir immer guten Schutz bietet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017